mit null schuss super hat sich ja richtig gelohnt das ganze wir haben keine granaten bei und der war sowas von natürlich selbstverständlich kommt doch näher kommt doch ja wohl er kommt er kommt zumindest ein stück näher gekommen ich weiß jetzt schon wenn ich da jetzt einfach so rein stürme ja bist du behindert ach da liegen die kisten da liegt eine kiste und das immer ganz woanders nach eine zweite kiste oder da gibt es was zum nehmen und da hinten ist das ziel 370 meter entfernt die wollen doch nicht ernsthaft ich jetzt gleich so eine munitionskiste rumschleppen oder vor allem wenn wir zwei davon mitnehmen sollen ja natürlich ja natürlich ach wie machen wir das jetzt am geschicktesten hast du vielleicht zu fähig eine waffe bei gehabt ja die müssen wir wohl zwangsläufig nehmen und uns jetzt genüsslich so kann er mal freuen ja du lebst immer noch kommen wir mal bitte ein stück nach vorne so dann haben wir da hinten noch irgendwo ein mindestens ein versteht sich so komm schon mal lieber wo versteckst du dich du musst irgendwo direkt hier an der kiste sein aber ich bin noch geblüfft au den tausend stücke ach nicht im ernst nicht im ernst leute das könnt ihr doch nicht machen das ist echt nicht gerade so einfach wie es mir jetzt erhofft hätte wir haben noch kein medipack mehr das ist einfach zu weit weg aber wir scheinen uns auch nicht zu treffen also können wir uns jetzt auch genauso getan für die munitionsküste greifen und ne aber können wir noch nicht einsetzen schade wo soll man jetzt damit hin ja wir haben auch sonst nichts zu tun also er will dass ich hier oben irgend so einen weg lang gebe so kann ich nicht einfach den weg zurück gehen vor allem wo haben wir eine zweite kiste wo haben wir ein auto damit wir die transportieren können ich versuche mal hier ein bisschen außerhalb zu kommen damit die nicht einfach gleich auf mich schießen können so nehmen wir jetzt mal kurz die waffel in der hand kommen legt das ding ab legt das ding ab ok ok draht haben außerdem die taschelnampe angemacht ach leute 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 zwei munitionskisten ernsthaft da legt ab das ding legt ab das ding da legt das ding nicht ab was soll das denn boah wie hasse ich da manchmal wenn das alles nicht so funktioniert wird eigentlich sollte aber ist das denn wo kommen die denn jetzt alle ach man das macht noch echt so keinen wirklichen spaß wo kommen denn jetzt bitte schon die zombies ja warum sollen wir den elend langen weg hier gehen ja lass mich direkt bei irgendwelchen menschen starten wollen wir nicht unsere pistole in der hand und warum hat er es nur auf mich abgesehen unglaublich also das ist wieder so einen kleinen grund wo ich mich jetzt wirklich tierisch aufregen könnte ja ist in ordnung weil auf einmal irgendwelche zombies kommen die eigentlich vorher gar nicht da waren und meinten ein bisschen rumspinnen zu müssen und natürlich die nur mich angreifen und nicht die anderen menschen und ich denke ich wieder eine vernünftige waffe brauche ich weiß gar nicht warum habe ich jetzt auch meine waffe verloren da ist er doch so hoffen wir mal ob das ausreicht wenn wir die hier einfach um wo kommt der her so bloß die kiste nehmen und bloß hier weg irgendwie zumindest aus dieser ecke heraus ja ist okay ich versuche jetzt einfach nur hier irgendwie wegzukommen da er ja schon wieder die kiste nicht ablegen will ach da gibt's nicht da gibt's nicht da gibt's doch nicht ach leute jetzt mal ganz ernsthaft es macht gerade echt keinen spaß es das spiel ist zwar auf multiplayer ausgelegt ja es muss aber definitiv als einzelperson schaffbar sein sobald dies nicht mehr gewährleistet ist kann man das ganze spiel doch vergessen okay man kann ich sagen ich jetzt hier durch rennen muss die leute ja natürlich oh du spinner und jetzt hauen wir erstmal alles hier kurz und klein komm ja ich weiß du wolltest dich unbedingt mit anderen menschen anlegen du spinner ich weiß du hast mich jetzt erschossen aber glaub mir ich lege dich gleich sowas von um falls ja nicht gleich schon die zombies machen zu recht versteht sich aber es ist einfach so viel zu schwierig gemacht ohne quatsch ganz einfach ich bin alleine ich muss eine kiste schleppen währenddessen ich mich nicht ordentlich verteidigen kann weder angreifen noch verteidigen und ich muss mich jetzt ganze menschen rumplagen ohne eine vernünftige waffe zu haben komm her mein freund so jetzt müssen wir inzwischen auch wieder ordentlich munition haben ja was heißt ordentlich ja komm schon mal komm du halt mal ganz schnell die button dicht komm komm du halt mal ganz schnell die button dicht hm danke ach schön wir haben eine zweite kiste ist das ein ich nehme alles wieder zurück das spiel hat doch tatsächlich mit gedacht das verbessert sich die situation doch jetzt gerade wirklich ungemein ich glaube ich habe zwar jemand auf dem schießen hören aber und jetzt bloß weg hier bloß 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 weg und dann hoffen wir mal dass wir irgendwie jetzt hier über den weg hier nach hause kommen soo je gut also ich nehme es gerade wirklich echt zurück und gut ich weiß das sollte natürlich schwierig sein aber ich fand es gerade jetzt doch echt ein bisschen übertrieben vor allem nachdem die aussicht war lauf den weg mit zwei kisten spiel ich immer wieder hin und her hin und her das wäre natürlich ich denke man hätte keiner wirklich toll gefunden aber ok ich entschuldige mich ich hatte unrecht denn jetzt ist es denn jetzt ist was war das denn also ich werde mich da jetzt nicht großartig mit irgendwelchen hampelmännern da beschäftigen ich will jetzt noch gern zurück und natürlich dabei auch den richtigen weg benutzen und nicht gegen die mauer fahren denn das wäre nicht so schön aber wir sind doch ja gute dreimal gestorben wie zu erwarten war oder war es sogar viermal wir sind da und habe ich da gerade ernsthaft ein auto gesehen aber warum hat er mir nicht direkt den weg dafür gegeben warum musste ich jetzt hier ne ihr wisst schon diesen hampelweg da laufen man kann jetzt einfach hier zurück werden halt immer mehr hier draußen ach da soll ich da hinlegen machen wir machen wir bist du eine schaufel bist auch nur ein sparten ich nehme den trotzdem mal mit nur zur sicherheit man weiß das schließlich nie ich weiß nicht ob der typ eine schaufel gesucht hat oder ein sparten zumindest war das jetzt definitiv ein sparten so und jetzt bloß hier hier hast du eine munitions gib mir eigentlich die knarre ja oh ja ne schöne rat hab ich ne wahl sehr schwierig wunderbar da muss aber gar nicht aufgeben so schätzchen du darfst jetzt erstmal wieder ein paar sachen hier von mir nehmen nimm mal das hier verformte pistole verformte pistole das ding ist weniger wert verformte revolver bloß weg da mit dem mist standardmäßige pistole weg schweres automatisches gewehr habe ich hoffen sind hier keine munition für einzelschussgewehr ist doch kraftvoll aber ne haben wir keinen platz für haben wir einen dafür platz haben wir wunderprächtig und alkohol alkohol mögen wir doch alle ja und der riesen snack und haben wir hier feines drinnen große batterie ist auch immer zu kommen wir fahren nochmal hier hinter hehehe ich glaube hier war ich noch nie wirklich drinnen hier Messer brauche ich nicht ja und hier hier ist einfach der Ausgang die machen wir sofort wieder zu die Tür aber gut zu wissen theoretisch ist hier irgendwo ein Shopper zumindest sehe ich hier leider keinen weil sonst könnte man sich ja doch immer so ein bisschen leicht ein bisschen Geld hier machen oh ich will nicht wissen wie viel Kohle ich jetzt hier schon verloren habe dadurch das zerbrechliche Hackmesser hier nimm den Mist wo ist der da sparten kannst du ja oder soll ich den sparten lieber mitnehmen ich weiß nicht ich weiß nicht sparten 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 ne wir können das schließlich immer noch wir müssen dafür eh schnell reisen müssen nicht aber werde ich machen hopp das Radio an ach ja ein bisschen reparieren und ein bisschen upgraden ach ich bin blank sagt doch einer Mensch Mensch hm ich denke mal werden wir durchaus brauchen ich nehme aber erstmal da ist ein Schuss drin da ist ein Schuss drin habe ich jetzt gerade doch zu viel abgegeben Ausrüstung ne da ist sie doch setzen wir da hin was haben wir hier haben wir die doppelt schwache Militärmachete Militärmachete also ganz ehrlich ich habe gerade das Gefühl ab hätten wir sie doppelt hier